ich nehme schon das Wichtigste mit ich auch unten Tummel laufen wir lang grüne M4 Schackgang ich hab mir die Kette mit ich hab verbannt er war grüne M4 hab ich ihn nicht mehr mitnehmen kann ich hab so wenig Schuss das nicht mehr normal hast du hast du mittlere M4 hast du okay wir sind gefangen wir sind gefangen kann man das ja auch machen ja lauf schnell lauf einfach schnell schnell heulen ich hab einfach so wenig Schuss ich hab eine traurzeige Schuss ich gebe mir M4 ja ich gebe dem M4 440 äh muni äh leichte ne 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 mittlere 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 war das dankeschön man dankeschön ne ich hab 48 das passt ich auch auch okay wir müssen lasst doch bei den drei Lager sind schnell looten wir brauchen unbedingt loot guck mal wie große Areal ist und wir lesen es leben noch 22 außen noch ein bisschen verband ich hab acht verbände okay gut also wenn aber auch nicht lass uns den Lager lassen lassen so müssen wir das machen aber es war ja richtig mit der Zone am Ende noch alter ich hätte noch länger gelobt weil da lag noch eine grüne M4 nochmal mit der Modition was wo gehst du hin zu den Lagerhallen wir müssen noch ein bisschen was looten ich habe fliege mehr die Nässe zu müssen so kommst du zu mir ich wollte die Lagerhallen ja mach du rechts ich mach mit ja bei gleichzeitig gehen falls er jemand ist wir würden gehört zusammen auf den gehen ok dann lass uns rechts ok spielst du eigentlich immer mit so kleineren kindern so wenig ich hab eigentlich ich hab eigentlich alle nur die Schule kennengelernt eigentlich hab dann Flo kennengelernt so und dann hat Flo die ganze Zeit irgendwie Rainbow King Elia also Panda mich kennst du es durch ja wir kennen uns jetzt schon zwei Monate mhm aber wir haben seit wir spielen gar nicht mehr so also wir haben vorher gar nicht mehr so gespielt wie früher da war ja so ne kleine keine Pause und jetzt lass doch mal den Turm kurz schauen ja so und shopper so und shopper moni ok wie fährst du jetzt 58 hab ich jetzt hast du ne grünen oder hast du ne weiße M4 ne weiße lass ich mir die grüne mitnehmen können aber ich habe Angst aber ich habe Angst ja 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 du würdest du nicht mehr viel leben lass hier in der Wörter lass ich den Stein erstmal hingehen warten lassen warten lassen du daten wirst du sag mal es eben noch 8 16 leute auf dem riesigen gebet alter da hinten ist eine hütte lass da mal rein schauen wenn du was ist schockern wie viel schocker moni hast ich kann ja was geben ich hab 43 8 ich werde ich gebe dir was gib mir mal so 10 20 ich werde ich gebe dir 15 dankeschön danke sehr schön ich hab episch äh nie lange schockern ja ich hab grüne mach auf und ich schieße ne das nix ich nehme das Holz mit so gut wir müssen wir jetzt sind aber sind schon perfekt drin lassen sind ein bisschen lassen dass eben durchgehen oder vor dass auch ein busch hier vorne sieht man oder ich sehe ich nicht aber wir sind auch perfekt im rand wir sind auch perfekt im rand der zone mitzunehmen ist ich will jetzt aber gucken wie man schocken könnten kann ich will schon wieder generell kürzen kann weiter wie kann man kaufen ressourcen scheiße ich habe meine m4 verloren irgendwie man kann die man kann im rucksack packen die m4 dass man mehr auf inventar hat verstehst du was ich meine guck mal du gehst jetzt im touchpad im rucksack und dann drückst du x dann ist sie nicht mehr im inventar guck ah lol stimmt ja ich sehe es ich sehe es besser ist ja geil gemacht worden aber doch er hat zehn platz statt fünf wir dachten boah bin ich dumm sind die ganze Zeit dumm jetzt sehen die mich jetzt werden die mich sehen 15 gegner ne ich verschüsse ja komm jetzt können wir für den bus tauschen ne was wenn jetzt geht es mal was wenn es dann geht ja irgendwo auf dem berg und das sieht man es mir darum okay bitte seine näher wenn wir jetzt erster werden es wird schon aber kommen wenigstens top vier möchte ich stehen noch 13 ja es ist nicht so viel helft in meiner klasse ja helft euch bei mir sind auch 26 in der klasse ja okay bei mir sind 29 aber trotzdem noch mal ein bisschen vorgehen ne ne lasst hier bleiben wo die zone ist direkt in deinem rücken das heißt dann niemand von hinten kommen kann das ist gut guck auf karte ich glaube der bereich ist hier irgendwo dann lass uns auf dem berg ne ich sag der bereich wird irgendwo hier oben sein hier ja okay wenn er hier ist dann lass auf dem berg auf dem blauen pingel da und uns seine barrikade zusammenbauen ich wollte weg tun ne ich habe die tastenkommunikation ich höre jetzt kommen alle zwölf ach alle zehn geht noch nicht kleine sagt was die gehört haben ja es hat echt so früh fallen dem burschen sind sind ah okay los ne lass doch mal lass doch warten lass doch warten auf dem berg da oben drauf über dir ja jetzt wäre schon ein bisschen in der zone ja hast recht die schießen lass mal kommen lass mal ja alles klar wo irgendwer die er hat die epische waffe soll ich den weg hier abbauen damit ich nicht hoch kommen naja das dumme ist wir sind da nicht in der zone doch 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 nein komm mal her ah doch hier sind wir in der zone ich habe soll einen schwebenden baum als deckung sechs gegner noch und wenn eine gute position alter das war so eine gute idee sich von irgendwo südwesten kamen unter uns unter uns unterm baum soll man die abknall da kommt ja bei der arbeit ja bei der arbeit da sind da das war nicht aber hier noch mit gab glaube ich alle sind dauer hat hier eine waffe gehabt aber ich will das was kann so ist kann nein ich kann ich könnte ein estim sein wir haben gute waffen lasst das einfach wir müssen eine grüne waffe hat ich habe noch 45 45 schuss ich hatte noch 30 schuss das schon gedrückt er in den bluten alter ja dann das machen oder wir werden wir werden sterben untergehen ja dann nicht wir müssen wir müssen runter wenn die tonne hier in der mitte ist ein bisschen runter ja dann gehen wir und dann gehen wir zum berg da rüber in der hütte da ich habe überlebt und ist ja okay das runter ich habe lebt von dem fall und hat noch gar nichts alter kann ich die schrift und ich habe eine epische ich habe ein hab ein hab eine jetzt ist es jetzt wieder weiter ziehen hat sie lassen hoch und sind wieder in der zone sind wirklich in der zone lassen lassen da hoch kommt zu mir kommt zu mir kommt zu mir nein es geht nicht hier dann hat den baum aber das ist einfach zum fluss runter hier ist eine blaue waffe noch klappt doch ich habe es hier ist noch eine blaue waffe eine blaue schrufe in die linie ok ist jetzt oben schon bei mir überlebt dies überlebt dies ich komme ich komme ich komme einer hat gedauert ich bin auch gedauert schnell kommt 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 wieder runter gehalten nein schnitzel der halb gehen aber werden verloren es ist ja schon gehalten ja die heilenden jetzt und ich fand er wieder runter man man scheiße warum warum bis jetzt wirklich nur wegen der blauen waffe zurückgegangen nee da war ich da war eine blaue ich dachte eine blaue mm4 oder welche gestorben ist wirklich wieder zu dir hingegangen aber ich konnte irgendwie du bist nicht in der zone ich weiß aber die mit diesen der ober auf dem berg also werden die runter springen und die zone laufen da kann ich mindestens einer von ihnen holen schocken 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 du schaffst das blauen 4 die sind oben du musst kommen ach es lebe auch zwei ja das meine ich doch ich habe ein großartig ich habe ein großartig das muss ich hochladen alter